Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Long Dark. Ich habe jetzt alles wiederherstellen können. Es hat sehr lange gedauert, ich habe es sehr lange, sehr oft vor allem wiederholt, bis ich dann endlich mal nachgeschaut habe, wie man seinen Safe State sichern kann. Ich habe es jetzt auch gemacht. Hier sind übrigens noch meine restlichen Holzvorräte. Schön eingelagert. Wir haben eine Menge Vorrat an Wasser hier drin. Dies ist alles voll. So, wo ich noch überall ein Gewehr gefunden habe, wo ich es mehrfach versucht habe, bevor ich dann angefangen habe zu sichern, zwischendrin bin ich noch, weiß gar nicht, an der einen Stelle zehnmal, glaube ich, gestorben. Und da habe ich eigentlich immer zwei Stunden, weil ich dazwischen nicht gesichert habe, verloren. Ah, ich bin so ausgerastet teilweise. Egal, jedenfalls habe ich es geschafft und jetzt machen wir es neu. So, hier gibt es anscheinend noch eine Möglichkeit, Wasser zu bekommen. Das ist neu, das gab es, glaube ich, früher nicht. Ein Gewehr findet ihr, wenn ihr den Flusslauf, den eingefrorenen, weiter hochlauft. Und zwar bis zum Ende findet ihr erstmal ganz links ein Haus. Und ihr könnt noch Glück haben, weil am Ende des Flusses könnte ein Toter liegen. Da müsst ihr einfach mal schauen. Und der hatte tatsächlich eine Waffe bei mir. Ansonsten habe ich in einem Haus schon mal eine Waffe gefunden, aber danach wurde ich getötet. Äh, ja, und ich habe ihn nicht gesichert. So, das ist voll mit Werkzeugen. Das Ding ist voll mit Material und Werkzeugen. Das war voll mit Essen und Medikamenten. Jetzt dürfte schon sehr viel abgelaufen sein. Wenn wir es nach Condition machen, dürfte ich auch noch Fleisch, Wollfleisch. Ja, okay, das kann man... Ja, oh, es ist schon auf 34% runtergefallen. Ich musste halt mehrere Tage überbrücken. Das nehme... Boah, das war teilweise bei 90%. Ich habe das mit diesem tollen Hungertrick gemacht. Okay, der Rest ist jetzt wieder gut. 15 Kilo haben wir noch drin. Rein, reines Essen vor allem. Oh, tatsächlich habe ich noch 96%. Einiges Zeug scheint sich wirklich zu halten. Ach nee, ich würde es gerne mal nach... Ob da noch irgendwelches Fleisch drin ist, weil das Fleisch hält sich einfach weniger als der Rest. Ne, gut. Finde ich gut. So, was wollte ich machen? Ich würde gerne mal, bevor wir loslaufen, noch etwas probieren. Und zwar, die Bioskine Red World ist mir egal. Einen Wolfskin-Code können wir, glaube ich, nicht, weil ich bloß einen Wolfspelz habe, wenn ich mich recht entsinne. Ich hätte... Die kann ich leider auch noch nicht. Wo haben wir es denn? Die. 10 mal Leder. 4 Eingeweide. Haben wir tatsächlich. Warum? Ganz einfach, ich habe sehr viel Zeit investiert, bin sehr viel rumgelaufen und ich habe herausgefunden, wie man tatsächlich Rehe von den Wölfen schlachten lassen kann und wie man dann rankommt, ohne eine Flair oder irgendwas zu brauchen. Einziger Nachteil ist, man braucht tatsächlich 2 Tiere in der Nähe, um das machen zu können. So, Material. Leder. Machen wir uns mal 10. 4 Eingeweide war es. Gute Eingeweide. Halt, 4. Hier habe ich fast nur Material reingelagert und ich habe ja auch natürlich noch nichts ausgesucht. Fertig, bloß da vorne. So, ich würde sie gerne mal versuchen. Wenn ich ein Werkzeug nehme, ging es glaube ich schneller. Hunting Knife, Swing Kit. Ich bleibe aber bei keinem, um die Werkzeuge zu schonen. Machen wir erst mal das. 4 Stunden, mal sehen, wie es dann noch mit uns aussieht. Oh ja, wir werden verhungern, ich muss auf jeden Fall mehr essen. Damit habe ich aber schon gerechnet. Wir machen es nach Condition. Wir haben ja jetzt genug zu essen, also muss ich das Zeug eh ein bisschen vertun, weil das hält sich einfach nicht mehr. Ist vielleicht doch ganz gut, dass ich es aufgespart habe. Einiges von dem Zeug wäre mir sogar schon fast abgelaufen. Glaubt man kaum. So. Mach mal 5 Stunden. Mal sehen, ob die so viel besser sind als meine Insulated Boots. Eigentlich kann ich sie ja einsehen, aber... Oh, es ist mitten in der Nacht und ich arbeite hier. Wie macht denn ihr das? Ich... Ach ja, er. Ich habe tatsächlich entschieden, ich werde wieder einen Mann spielen. Weil ehrlich gesagt, ich bin es leid, als Frau rumzulaufen. Das mag ich einfach nicht. Außerdem das nächste Gebiet, deshalb als Mann. Wenn ihr auch wissen wollt, wie ihr euren Safe State sichern wollt, müsst ihr einfach mal schauen, ähm... Wie man in dem Spiel cheatet. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich habe das alles von Hand gesammelt, tatsächlich, was wir hier haben. Oh, jetzt haben wir die ganze Nacht durchgearbeitet. Zwischendrin muss ich auf jeden Fall schlafen. Ah, machen wir gleich nochmal. Wenn die Kalorien auf Null fallen, kann mir doch relativ egal sein. Oh, wir sind dehydriert. Das kann mir... Und müder. Und die... Ah, jetzt sind wir auch überladen. Wir essen das. Wir essen die Dose auch leer. Und dann schlafen wir erstmal ein bisschen. Dehydriert sind wir ja eh schon. Das wird uns noch mehr dehydrieren hier, die salzigen Bohnen und Schweinefleisch. So, dann müssen wir erstmal unser Wasservorrat wieder anzapfen. Ich habe nämlich mit einmal... Tatsächlich, ich habe sehr viel Holz gesammelt, seht ihr ja. Und das Zeug hatte ja einfach keinen Platz mehr gehabt. Es sind drei oder vier von den Dingern. Ähm... Wie viel waren es? Ich glaube, 30 Liter Wasser mit einmal gemacht. Und ich muss sagen, es war gut. Leer, leer, leer. Achso, das habe ich alles leer gemacht in der Zeit. In der es gedauert hat, bis wir... Ähm... Soweit vorgeschlafen haben. Hier, so nach acht Stunden... Müsstest du eigentlich wieder auf dem Damm sein. Und tatsächlich... Einmal hatte ich es geschafft und musste dann nur noch ein paar... Tage rumbringen. Hab mir immer 43% schlafen gegangen. Und mit einmal stand... You faded into the long dark. Und ich stand da und hab mir gedacht... Was? Weil normalerweise steht da, warum du gestorben bist. Da stand nichts da, aber ich war einfach tot. Und ich hab mir gedacht... Und ich hab mir gedacht... Scheiße! Du hast nicht dein Speicher... Äh, du hast den Speicherstand nicht gesichert. Das hat mich so geärgert. Ich hab überhaupt keine Sicht und ich lass dieses Ding hier auf jeden Fall erstmal leer werden. Dann verwurste ich das. Weil wir... Ich hab echt so viel davon gefunden. Oh, sechs Stunden. Das kann man fertig machen. Jetzt möchte ich jetzt wissen, wie gut die Dinger sind. Und vor allem, wie schwer die sind. Wenn die nämlich jetzt... Drei Kilo wiegen, dann bleib ich lieber bei meinen Insulated Boots. Die Skin Boots. Mal sehen, wie sie aussehen. Das ist Boots... Oh. Die sehen sehr... Fraulich aus. Vier. Aber auch nur zwei Kilo. Ja, die sind... Besser. Die sind auf jeden Fall besser. Das ist toll. Das soll ich vielleicht mal reparieren. 65 Prozent. Ach, weißt du was? Das reparieren wir jetzt einfach mal. Das Ding muss ich eh noch ein bisschen höher bringen. So. Dann sind wir eigentlich soweit. Äh, wir schlafen nochmal. Und dann sind wir... Ähm, rüsten wir uns aus, dass wir losgehen können. Hier hab ich übrigens sehr viel Kleidung reingepackt. Clothing. Insulated Boots. Vieles, was ich nicht gebraucht hab, ist hier drin gelandet. Vielleicht brauche ich es später nochmal. Ich hab nicht alles kaputt gemacht. Ich guck erstmal. Also, wir haben... Essen haben wir genug für den Weg. Zwei Flares, zwei Kugeln. Wie viel ist da drin? 0,32 Liter Kerosin. Das reicht. Eine Prybar haben wir. Wir haben einen Dosenöffner. Das haben wir. Einmal Brandbeschleuniger. Fünf Streichhölzer. Mit noch 37 Prozent. Die werden aber erstmal reichen. Ich sollte mal gucken, wie die anderen im Zustand sind. Das haben wir. Antibiotika. Wir haben Bandagen. Einmal bin ich übrigens ausgestorben, weil ich keine Bandage mehr hatte. Das war ärgerlich. Ich dachte, ich hatte noch welche. Und bin dann fünf Prozent hier reingelaufen. Oh, ich verbinde mich schnell. Fail. Tod. Ah, das hat mich auch so geärgert. Davon nehme ich mal... Ne, Fairfire, wo das schmeiße ich hier raus? Das Fairfire wird nämlich garantiert nicht mit. Das lege ich euch übrigens ans Herz. Macht das genauso wie ich hier. Sammelt das irgendwo hier, weil ursprünglich hatte ich es nämlich... Wie schwer war das? Ein halbes Kilo. Okay. Davon nehme ich mir mal zwei mit, falls ich mich doch aufwärmen muss. So, ansonsten nehme ich mein Gewehr mit. Und... Obwohl... Ihr wollt bestimmt... Ihr wollt garantiert sehen, wie ich mit dem Gewehr hantiere. Ich weiß, aber... Nee, ja... Nee, ich lasse das Gewehr mal weg. Ich habe ja meine Flares. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie keine Tiere erschießen. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was mich hier in einem neuen Gebiet erwartet. Sollte jetzt aber was schief gehen, kann ich den Spielzeug... Ich kann ganz schnell wiederherstellen. Das ist sehr gut. Werde ich nach jeder Aufnahme sichern. Ich habe nicht keinen Bock, dass sowas nochmal passiert, wo ich dann ewig... Also eine Stunde nachstellen, klar, das ist okay. Aber... Alles andere... Nein. Nein, danke. Hier haue ich jetzt mal nochmal ein bisschen Wasser wieder rein. Ich nehme mal zwei Liter mit. Ich weiß nämlich nicht, was mich erwartet. Eine Waffe werde ich erstmal nicht brauchen. Ich habe zwei Flares. So, wir sind hier recht gut ausgestattet. Material. Haben wir ein bisschen Kleidung. Leder brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Tinder-Plug kann ich ein bisschen was wegschmeißen eigentlich. Okay, wir müssen eigentlich alles haben. Tinder-Plug hat sich übrigens in der Zeit hier gesammelt. Wo haben wir es denn? 110. Sind schon 5 Kilo Tinder-Plugs. Das Reclaimed-Wood habe ich auch mal aufgehoben. Einfach nur, weil wir das für bestimmte Sachen brauchen. Bücher. Werden separat aufgelistet. Warum? Weil es unterschiedliche Bücher sind. Eins habe ich tatsächlich schon verbrannt, weil mir kalt war. Und ich ganz dringend Kälte brauchte, sonst wäre ich erfroren. Aber ich bewahre sie nach Möglichkeit mal auf. Wir schlafen jetzt noch ein, zwei Stündchen. Wie spät haben wir es denn? Ja, 5. Und ich habe festgestellt, es bringt nichts vor, um 6 rauszugehen. Um 6 ist auch schon kritisch. Um 7 ist die beste Zeit, um rauszugehen. Dann ist es nämlich hell. Und wir haben schon 50 Tage überlebt. Also vom Survival her geht's eigentlich. 0,4 Liter Antibiotika. Das, äh, Dingens. Ich esse mal lieber die Sachen, die schwer sind. Normalerweise bin ich immer auf Raubzug gegangen mit so 13 Kilo. Wir haben es ja. Also esse ich mich jetzt auch dementsprechend satt erst mal. Und esse auch unser Inventar ein bisschen leerer, damit wir leichter sind. Es wird nämlich noch ein bisschen Weg, bis wir da sind. Und dann müssen wir auch noch heil ankommen, das ist auch wichtig. Ich nehme das Ding mal weg. Die Storm Lantern ist auch sehr nützlich. Geht übrigens, wenn ihr in ein Haus geht, immer nur mit Storm Lantern rein. Und leuchtet auch. Ich habe nicht festgestellt, man übersieht sehr gern einiges Stellen. Ich habe zum Beispiel in einer Ecke, ohne Vorwarnung, Scrapmittel auf dem Boden gefunden. Ich zeige euch mal kurz was. Die Sachen hier kann man runter machen, aber da ist nie was dahinter bisher. Vielleicht kommt das noch. Okay, ist das mal kein Wolf? Ich gehe mal wieder raus. Und seit neuestem kann man die Dinger eröffnen. Irgendwann kann man da bestimmt Benzin rausklauen. Was aber auch eine gewisse Schwierigkeit birgt, weil... Ich vermute mal, bei den Temperaturen gefriert Benzin einfach mal. Und ich habe mir angewohnt, immer erstmal einen kleinen Überblick zu haben, bevor ich irgendwo hinlaufe. Beziehungsweise, wenn ich nicht weiß, ob ich sicher bin, halte ich mich gerne in der Nähe auf, wo ich schnell reingehen kann. Wenn das nicht geht, und ihr habt ein Reh in der Nähe, schicke ich tatsächlich ein Reh vor. Hat mir schon geholfen. Weil die gehen dann immer erst... Da hinten ist er. Die gehen dann immer erst auf das Reh los. Beziehungsweise siehst du ja, ob das Reh attackiert wird oder nicht. Hier hatte ich übrigens auch schon sehr viel Glück. Bin vor einem Wolf davon gelaufen. Der hat mich dann knapp, bevor ich weg war, erwischt. Und gleich danach kam der nächste Wolf auch. Hat mich dann wieder mein Leben gekostet. Ach, das ist so zum Kotzen, wenn ihr zwei Wölfe habt. Oder was auch sehr gern passiert. Wenn du gerade ein Tier... Auf einer Eisfläche... Fläche... Da vorne kannst du übrigens Glück haben. Da liegen manchmal angerissene Tiere. Bloß angerissen. Also die, wo du noch was rausziehen kannst. Wenn ihr auf dieser Eisfläche seid. Und da hinten liegt zum Beispiel ein Tier. Ne, das ist eine Grafik, glaube ich bloß. Bin mir nicht sicher. Aber ich bin hingegangen. Weil ich gesehen habe, okay, der Wolf hat das gerissen. Ich habe ein anderes Reh gehabt. Habe das in seine Richtung geschickt. Es rennt natürlich erst vor euch weg. Dann ist der Wolf aufmerksam geworden. Er hat das Reh gejagt. Ich bin um die rundherum gelaufen. Er hat das Reh erwischt. Ich bin an das andere Reh gegangen. Und was passiert? In dem Augenblick, wo ich da anfange, das Reh auseinanderzunehmen. Das waren ganze 8 Kilo Fleisch. Es war noch kaum angefressen. Oder es waren, glaube ich, noch 7 damals. Aber man kann Glück haben. Und man kann 8,5 Kilo erwischen. Kam ein Schneesturm. Ich wusste nicht, wo ich hin muss. Das war... Gemein. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann kam der Wolf. Da bin ich nämlich auswesend in die Reihen gelaufen. Weil ich nichts mehr gesehen habe. Im Schneesturm ist es auch dämlich loszulaufen. Außerdem... Nicht mal wegen Erfrieren, sondern einfach nur... Hier könnte wieder ein Wolf sein. Im Schneesturm. Hier wird es in der Wintersurm. Wie geht es? Vielen Dank.